Hallöchen Leute und Willkommens zu einer neuen Aufnahme von TTT Ich möchte sagen, dass Majora's Mask gerne sehen würde. Ja. Steht jetzt jemand da, um über den Witz zu lachen. Nee, ich verstehe deinen Witz nicht. Ach, der war aber gut, Mogi. Ich hab ein lustiges Pray dafür, aber ich bin Detective, ich sag, wir treffen uns in der Mitte und jemand macht irgendwas Gemeines und dann... Was ist denn die Mitte? Wie, was ist die Mitte, bist du verarschen? Pulley straight up, Pulley schießt mich ab, Pulley straight up. Was ist denn die Mitte der Stadt? Hier beim Ohrenturm. Hier, wo der Glockenturm ist. Der gibt dir der Stadt den Namen, auf jeden Fall. Timo, du wirst es verstehen, passt auf. Majora's Mask, ich hoffe, das bekommt endlich das Remake auf der Nintendo NX. Oh mein Gott. Warte mal ab. Er hat das Wildschwein. Ich hab tatsächlich ein Bild von Rotten Mushrooms geholt. Hier wartet. Hier wartet. Äh, wo ist das? Ich mach's, ich mach's. Ich mach's. Du bist nur Rotten Mushroom. Hä, warte, Timo, warum ist denn ein Bild von dir oben ohne im Internet? Timo, bist du da nackt? Timo, bist du da nackt? Oh mein. Oh mein. Oh mein. Wartest du ja wohlgebracht? Warum guck ich da nie hin, wenn das passiert? Pulley. Ja komm, was machst du? Pulley. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Gibt's. Ähm. Gibt's auf der Web eigentlich schon wieder keine Waffe, da liegt es an mir. Nö, es gibt Waffen. Aber meistens halt da, wo man spawnt. Ich nehme einfach eure Waffen von den Leichen. Da liegt sogar ne Zigarette. Ja, die kannst du dir auch nehmen. Zigaretten. Erstmal einer rauchen. Ja. Okay. Nice. Warum hat niemand zugehört? Ja, niemand hat dir zugehört, Oki. Ich hab wirklich 20.000 mal gesagt und auch gesagt. Ja, niemand hat dir zugehört. Niemand hat dir zugehört, Yoshi. Was hat dir? Yoshi? Was hast du gesagt? Yoshi? Ich hab grad verschiedene, was für Yoshi gesagt hat. Fully hat mich am Anfang angegriffen. Und ich so, yo, Fully ist es. Aber er hat mich nicht... Ja, du redest dauernd davon, dass hier jemand Traitor ist. Oder du bist nicht Traitor. Und Mogi wollte, dass wir uns in der Mitte treffen. Ja, ja, das ist der NX-Bild. Ja, das dachte ich mir auch so. Ich bin Traitor. Wir wollen rausgehen. Mogi sagt so, ja, lass uns mal in die Mitte treffen. Keine Hackmack machen. Und ich hör nur, Fully schießt. Fully schießt halt wirklich gerade. Äh, auf die NX. Was soll das so möglich? Auf der NX. Stark, Fully, wirklich. Wir können nur Yoshi bekommen. Er wollte das so tarnen, als ob ich's gerade sagen, Jogi. Jogi, 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 Jogi. Komm mal, komm mal. Ich hab alles. Ja, weil Fully mich abgeschossen hat. Komm mal her, komm mal her. Was ist das? Das ist halt die Millionen. Oh, du küsst mich. Oh, du küsst mich. Ja, ja, normal. Ich hab keinen Pust mehr. Aber ich brauche viel dringer Küsse. Ich sag mal Waffe, ich bring's noch. Reiß dich mal zusammen. Mogi, ich brauche Küsse. Hast du verstanden? Ja, deswegen geh ich. Ich will damit nichts zu tun haben. Hallo, Ricky Mania. Hallo. Ey, Hocky. Hocky, du sagst mir, wenn... Wir sind nicht auch der Meinung, dass das hier richtig scheiße ist. Ich hab keine Muni. Also hier unten sind keine Waffen? Ne, aber das Spiel ist scheiße, ne? Majora's Mask. Nein, geht voll. Doch, voll scheiße. Ey, ich brauche ne Waffe. Hast du ne Pistole wenigstens? Aber jetzt sagen wir es mal, wie es ist. Majora's Mask ist ziemlich scheiße. Das ist wirklich scheiße. Wie ist das Spiel schwein? Dann drückst du A und nix. So, Mann, jetzt hab ich gar keine Lust mehr. Holy shit. Dann sollst du auch noch B drücken und A und wieder B. Es ist halt wie Ocarina of Time überbewertet. Ich find's auch schlimm, dass man den Controller in die Hand nehmen muss. Und A drückt man dann wieder. Es ist halt überbewertet. Aua. Oh, wirklich. Es ist halt überbewertet. Ich hasse A drücken. Ja, oder? Vor allem, dass man den Control Stick nach vorne drücken muss. Was ist das? Ich hab keinen Kuss gefunden. Warum verarschlich? Was ist das? Ja, ja. Das ist bestimmt ne Lüge, Mogi. Wo willst du nur kein Game? Wo gibt's das? Oh mein Gott, da ist Rotten Mushroom. Da ist ein unidentifizierter Körper. Das ist Johnny. Mogi, wie komm ich denn hier zu der Gang rein? Welche Gang? Wovor redest du? Ja, zu der Straßenbanden Gang. Den kleinen Kids. Der ist grad ein toter Johnny. Ich glaub, Babe wurde erwischt. Er hat es auf das All vor sich gegeben. Okay, perfekt. Jetzt können wir das Lied der Hockey... Ja. Oh nein. Ja, ich hab ein paar Schüsse gehört. Die Hilfe ist unterwegs. Was los? Timo? Timo? Kann man in die Häuser rein? Keine Ahnung. Ja, hier liegt ne Leiche. Hier liegt ne Leiche. Timo's tot. Okay, wait. Warte, wer hat Timo dann umgebracht? Okay, dann ist er entweder Ricky, Maeve oder... Oh du! Wo ist er hin? Warum hat der keine HP? Oh mein fucking Gott. Ich kann auch nicht den infizieren. Oh mein Gott. War's der Dead Ring? Oh mein Gott, war der Dead Ring oder so ne Scheiße. Oh nee, gar keinen Bock. Da spiel ich doch lieber rechts A runter, rechts A runter, um die Runde nochmal neu starten zu lassen. Ich kenn diesen Befehl nicht. Das ist die Hymne der Zeit, bist du dumm, was? Scheiße, ja. Du bist so gestorben. Und kein Befehl. Okay, Maeve, ich wollte es übrigens wirklich tarnen, aber ich hatte nur 10 Schuss im Gewehr außer irgendeinem Grund. Oh. Ja, und deswegen habe ich so reingeschossen. Und deswegen habe ich so reingeschossen. Ja, er erschossen hat. Übrigens, ich bin... Ich bin doch zu viel Leben übrig. Ich bin nicht so in Ordnung dafür gekommen. Du hast ihn doch erschossen. Du hast eine sehr starke Runde abgeliefert. Ich habe Mäve getötet und unter Mace's Leiche habe ich diesen Shark gesetzt. Ja, das war geil. Und da ist dann Timo gestorben. Das ist sehr lustig. Ich dachte für einen kurzen Moment, du willst mich wiederbeleben. Dann habe ich gesehen, dass die Sharkbombe war und dann dachte ich mir so, ach, so ein Arsch. Das ist so witzig, die Sharkscheiße da unter ne Leiche zu setzen, ist so lustig. Was bringt es, die Eulen zu aktivieren? Ich glaube ich. Ich glaube gar nicht. Was musst du sagen, ist das schlechteste Reisen aus Majora's Mask? Ich weiß ich nicht. Der erste. Kann man wirklich schneller mit denen reisen? Ach Riki, du redest nur einen Schwachsinn, ne? Der dritte ist das offensichtlich die richtige Antwort. Majora's Mask, genau wie in der Karinavzeit, lebt nur von einer Nostalgie. Punkt. Nein, du bist auch. Du hast nicht mehr Argumente. Natürlich, es ist scheiße. Langweilig. Ich mag den Majora's Mask Manga. Du hast gesagt, dass wir, und Kommentare eingeschlossen, alle das Spiel mögen, die nicht haben Nostalgie. Ich bin da auf Rikis Seite jetzt. Ja genau. Nie konnte man diesen Satz zu Ende bringen. Das ist so. Super viele Leute mögen die Spiele, die gar keine Nostalgie dafür haben. Ja, ich hab nicht meine Nostalgie dafür. Ja, ich hab auch keine Nostalgie dafür. Doch, das Argument fehlt. Ich hab auch keine Nostalgie dafür tatsächlich. Nein. Ich hab damals als 10-Jähriger gespielt und geliebt, aber ich hab keine Nostalgie. Hoki ist heute auf meiner Seite an die Klappe. Ich hab's halt als 14-Jähriger ausprobiert, ist das Nostalgie. Pass auf, pass auf, der ist böse, der mich eben auch böse. Da kannte ich längst modernere Spiele. Bist du runtergefallen, Hoki? Nein, ich bin hier oben. War ich da durch? Hä? War ich so schnell grad für dich? Oh Gott, das ist die schnellste Leiter der Welt. Oh mein Gott. So Riki. Volli, einmal geblinzelt. Er ist die schlechteste Maske aus dem 3DS-Maske. Er drücken, um schnell, ich check's dir. Äh, ja, hier, der, 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 der Taucher. Wie heißt der? Der Zora? Ja. Danke. Ja, der ist so langweilig. Ich hasse den. Ich finde in dem 3DS-Teil viel Spaß. Auch mal für die Simulation dabei. Hey, warte! Das ist einfach ein Lost-Take. Ich will mal nachschauen. Ich glaube, ich kaufe mir tatsächlich mal bei Ocarina of Time. Ey, der hat mich an meine Waffe geklaut. Würden wir sagen, die Remix auf dem 3DS sind besser wie das Original? Ja. Ja. Ocarina of Time, ja. Madross Masken, nicht. Das Original. Ja, doch. Würde ich schon sagen. Nein. Nein. Also ich würde auch... Ich persönlich auch mehr, weil man sehr viel besser durch die Zeit reizen kann und sowas. Das ist ja angenehm. Aber der Zora kostet, um zu sprinten, Magie und hey. Was soll das jetzt? Nein, du hast viel mehr Sachen, da spielst du auch viel schneller auf dem 3DS. Dankeschön. Also du hast viel weniger Zeit. Ich bin so richtig geklappt worden. Wie heißt der nochmal? Ja, ich will gucken, was da ein Anhoffnung hat. Wie heißt denn nochmal dieser Typ? Hast du das alles durchgekauft? Kaijot? Du meinst Kaijot, oder? Aber Johnny fehlt noch. Johnny fehlt noch. Kaijot. 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 Ja, das hat nichts. Macklick. Oh Gott. Ich hab' mehr Lockert. Immer dahin gelaufen ist. Johnny war das. Johnny, dir würdest du deine Kragen gehen. Wo hast du denn? Da. Genau da hin. Töntet den Erpel! War mag 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 mag. War mag mag mag. Wer legt alles neu? Keine Ahnung. Niemand? Scheiße, echt jetzt? Nee, ehrlich jetzt aber? Jetzt mal ehrlich aber. Ich leb noch. Ja, bist du Traitor? Nein. Welche Zelda-Mangas hast du gelesen? Ach so, ob ich eine Zelda-Mangas lese. Dann geht die Frage an Moggy. Ich wurde geportet, scheiße. Hast du es überlebt? Moggy, du hast mich verraten, du Schwein? Wir sind Freunde für immer. Ich hab dich ja nicht erschossen, Riki. Was soll, dass du zuletzt hier noch lebst? Du hast recht. Ach du Scheiße, was du damit auf sich hat. Was ist denn hier los? Das war der halbe Start. Tot. Ich muss nicht, das muss ich... Das heißt, ich weiß nicht, ich bin auf deiner Seite. Jetzt töten wir auf. Moggy ist schon tot. Oh mein Gott, sind alle tot. Moggy? Was soll ich machen? Die haben gerade so danach geschrien. Geschrien haben die. Die haben gesagt, oh, bring mich wieder um. Wie wär's denn, was auch? Nein, so alt. Nein. Ach so, was ist das? Das Problem ist, dass ich nicht wirklich Waffen gefunden habe. Das heißt, ich bin gerade ein bisschen in der Bredouille. Pass auf. Wir sind uns ja einig, dass... Ja, sind wir. Wo stehen wir? Ich hab auch abgedrückt. Wüsste ich. Oh, was ist denn? Ja, ich asch den Bogen. Da ist der Topf kaputt gegangen. Oh mein Gott, der hat so schnell geschossen. Mit dem Bogen noch nie getroffen. Das ist unfassbar. Ich konnte nicht mal schießen, richtig war schneller, als ich abdrücken konnte. Es war unglaublich. Ich sollte generell öfter die normalen Waffen nehmen und nicht irgendwelche Traitor-Waffen. Ich verliere mit den Traitor-Waffen immer. Tut mir leid, dass ich euch ein bisschen in den Rücken fallen musste, als wir darüber sind. Oh, das hat fast eine Million Views. Was ist da los? Das hatte man schon ja auch noch vorhin gesagt. Ist ja nicht so, als hätten wir das ganze... Ich hoffe, dass wir das News über MyPros der erst auf die NX kommt. Oh Mann, ich freue mich so sehr drauf. Mogi, wir haben das ja nicht gerade erst in der Ersatzbank gesagt, wie viele Views so fehlen. Aber tu ruhig überrascht, das ist okay. Das war der ganze Text. Können wir die Eule aktivieren? Ja, ich hab's noch nie gesehen. Wenn dieser TTT-Part bei Mogi 20.000 Aufrufe erreicht, ersetze ich Fully in Ersatzbank. Könntest du da rein? Wenn wie viel erreicht, gibt's denn hier Waffen-Fully? 20.000, ich hab eine. Ja. Also hier sind Leute mehr stinkig auf Johnny heutzutage. Okay, dann ersetze ich Johnny. Ich ersetze irgendeinen. Also wenn der Part jetzt 20.000 erreicht, dann ersetze ich... Da ersetze der Maeve. Da ersetze ich Maeve, ja. Nee, nicht Maeve. Ich checke, um was geht's gerade? Wen ersetze dir was? Ich ersetze Mogi in Ersatzbank. Achso. Oh, das wär's. Schreibt in die Kommentare, wer ersetze. Ihr entscheidet. Könnt ihr den Dienstag direkt ohne mich machen? Ich werde nicht sprechen. Weil ich gar keine Lust mehr. Schön, der freier Tag. Hallo, Fully hat den getötet, ihr lasst ihn einfach davonlaufen? Wo ist denn Fully? Wer denn? Von Gredenst du? Ja, Johnny, komm. Ja, nice. Johnny und Fully. Äh, ach du Scheiße, was halt mir... Oh, dann ist Hockey, oder? Nein. Ja, Hockey, Hockey. Ah, ich hab keine Money. Oh, mein fucking Gott, der ist wieder abgehört. Da hinten ist er. Ach, ich hab keine Munition. Same. Oh mein Gott, der hat sich irgendwo rübergeworbt. Wie geht's dir? Brauchst du Heilung? Nein, ich brauche eine Waffe. Okay. Okay. Ja. Wo bist du? Ist grad mega schwierig hier. Nein, kein Scheiß jetzt. Ich mach keinen Scheiß jetzt. So redest du grad. Hörst du ja eigentlich selber zu. Ich hab echt nicht mehr viel Leben. Ich hab mich fast getötet. Ja, ist doch gut. Okay, lass treffen. Okay. Mitte. Da, wo Morgis Leiche liegt. Ah, hab ich nicht ranbekommen. Oh Mann. True. Nee, erst ehrlich, lass ich treffen. Aha. Nee, kein Witz jetzt. Ähm. Wo könntest du sein? Mogi, lebst du? Oh nein, ihr habt Meute. Oh nein, er hat ihn wirklich gekriegt. Oh nein, er hat ihn wirklich gekriegt. Nee, Einschuss. Silenced AWP. Silenced AWP. Nee, es wird mir zu doof. Ich will jetzt hier warten. Ich such dich. Langweilig. Mann, halt die Fresse, Homer. Was sollen wir denn machen? Fresse, Homer. Ich hab halt wirklich mehr viel Leben. Das heißt, ich sollte nicht so ein Riesenrisiko eingehen. Deswegen, lass echt irgendeinen Treffpunkt aufmachen. Sonst ist es witziger. Was sagst du? Wo bist du denn? Meister. Ich bin, nein, lass einen Treffpunkt ausmachen. Nicht, wo bist du. Ja, ein Witz. Quatsch, oh. Ich bin auch Mitte. Bist du nicht? Ich schwöre, ja, doch. Du bist nicht Mitte. Ich war da gerade. Ich seh den Glockenturm. Ah, da bist du. Oh ja. Das ist Metallrohr runterfallen. So, das war dumm. Stark. Das ist Metallrohr, Rikki. Scheiße. Ich hab noch keinen Fall. Ja, Mann, ey, es war ein guter Versuch. Können wir Hockey einfach mal den fucking Dead Ringer wegnehmen, das ist jetzt das zweitmal sich hierher schießen wollte und die einfach... Ich hatte den Teleportation Gang. Ja, etwas anderes. So, hat er sich diesmal nicht mal unsichtbar gemacht, oder was? Nein, nein, ich hab ihn weggebrobt. Nee, er hat sich teleportiert. Ich dachte, du hast dich sicher? Ja, er hat sich teleportiert mit so Teleportation Gang. Ich hab da teleportation Gang. Können wir mal ein zweitmal die T-Potation sehen? Also, von wegen... Glück gehabt, Rikki. Glück gehabt, Rikki. Nein, grün ist aber Spongebob-Geld. Was? Was? Es gibt aber auch einen Schwamm, die nur gelb ist. Was gräbst du da? Scheiße. Was ist hier? Jungs, ihr checkt's nicht. Nein, nein, nein. Was? Der Schwamm ist grün, aber... Ist ja ganz schön grün hinter den Ohren. Ach so. Ja, genau. Kenise? Das ist ein Schwamm, du Vollidiot. Jo, ähm... Jetzt weiß ich an wen du mich erinnerst, Maeve. Du siehst aus wie Reaper. Timo, was bringt das? Von Reaper? Ja, Maeve. Maeve. Maeve, Maeve, Maeve. Komm mal her. Oh, ja. Ich hab mich erschreckt. Ey, ich hab einen Homerun gehört. Hast du einen Homerun gehört? Das war so random. Das hat keinen Grund. Was? Solltest du Brecheis oder... Der hat ja Augenbrauen wie du, Rikki. Ja, wobei, eigentlich war's echt random. Gib mir leid. Wow. Ich... Meine Augenbrauen bilden das M von McDonalds. Ist mir irgendwie leid, aber ich hab mich halt auch... Wot, wot, wot. Ich könnte eins... Schieß auf mich. Ich hab auf den Ballon nur geschossen. Okay, also... Der geht wirklich in die Luft. Okay. Oh, der ist nochmal tot. Ja. Johnny hat... Johnny ist Proof Renaissance. Ich hab einen Verräter, ich bin Detective. Oh. Timo. Das war... Timo ist runtergefallen. Also, ich bin jetzt doppelt. Also, pass auf, Freund. Ich kann euch eine Sache erzählen. Ich fühl mich schlecht, ich hab Timo ein bisschen random gekriegt. Aber woran hast du ihn getötet? Ich bin die ganze Runde über Hock hinterhergelaufen. Er hat nichts gemacht und er hat versucht, die Leiche zu überprüfen, um zu sehen, wer da ist. Ja. Ja. Hocky? Normal. Ja. Ich würde sagen, Hocky ist Proof Renaissance. Tatsächlich. Fully dagegen. Hä? Er hat doch gesagt, dass ich nichts darf. Hä? Was sagst du? Fully dagegen hat einfach provokant, wie er ist. Was hab ich mit Riki hier oben? Was hab ich denn getan? Was hab ich getan? Sprech dich aus. Was hab ich getan? Ich meinte zu Timo, hey, wieso hast du nur einen Breche... Warte mal. Kann ich den Magnetestick... Kann ich den irgendwie wegmachen, vielleicht? Der war auf einen Ballon geschossen. Aua. Dabei ist heute gar nicht Ballon-Gratis-Tag. Warum? Willst du ihn überprüfen, Johnny? Ach, komm schon. Hä, was? Der wurde doch schon überprüft. Es ist doch bestimmt wieder... Es ist doch wieder Hockey. Nein. Johnny ist es bestimmt wieder Hockey, oder? Jungen, Moggy ist mir die ganze Runde dann gefolgt und es ist nichts passiert. Ja, aber es ist jetzt trotzdem Hockey, oder? Ja, okay. Ah, es ist Hockey. Und ich wollte ihn noch Home Run betten. Moggy, wieso hast du ihn so verteidigt? Weil nichts passiert ist, die ganze Zeit, dass jemand da gelaufen ist. Wasser, der ist hier unten. Oh, scheiße. Wo ist unten? Was heißt unten? Maeve, lebst du noch? Maeve, Maeve! Hey, wieso ist hier die Teleportation Gun? Das war so witzig gerade. Oh mein Gott. Moggy? Ja. Nein, ich habe gerade auf Schimm-Taste geschossen. Hör doch auf. Ja, ach so, okay. Danke. Ich brauche ne Waffe. Oh. Warum lebt hier Bob wieder? Warum? Da oben. Oh, du fangt wohl die Heidegule hin. Wo kam die her? Muss wohl jemand Traitor gewesen sein. Hast die getötet? Drei Schüsse für einen Ballon, Fully? Wirklich? Kann ich dein Ernst sein? Oh. Ach scheiße. Das kann doch auch nicht dein Ernst sein. Ach du Scheiße. Wo ist er denn hin? Was? Nein, was? Warum bin ich gestorben? Hast du den gesehen? Hast du den gesehen? Hast du den gesehen? Ich habe das von einem Hai erwischt. Oh. Hast du den nicht gesehen? Nee, es ist super dunkel bei dem Durchgang. Noll, weil du bist da nicht weitergelaufen. Ich dachte, du hättest ihn gesehen und bist mit Absicht nicht reingelaufen. Hä? Nein, man bleibt natürlich automatisch stehen. Ich habe ihn super scharf bewegt. Ja, das ist nicht explodiert. Junge, Moggy, du hast gerade so einen Schutzengel. Du bist kurz vor dem Hai zurückgelaufen und dann bist du dem Schaf einfach ausgewichen. Du hast nichts davon mitbekommen. Ja, aber das Schaf ist nicht geschafft. Das Schaf habe ich mitbekommen. Okay, das ist meine Muschige. Ich glaube, ich bin ja. Timo, hast du eine Facelash? Was sollte das gerade eigentlich? Ich war mit Brody nicht bewegen. Ich dachte, du hast dich nicht wiederbelebt. Ich hab ihn wiederbelebt. Ja, aber ich habe ... Ich hatte dich ganz am Anfang der Runde töten können. Ich dachte bist du! Ich dachte bist du! Und ich habe nichts gemacht. Was ist los? Timo, würdest du sagen? Es war unfair von mir. Oh, Daddy. Nee, ist okay. Du fängst mit dem Sonn auf der Map. Was wird denn das hier Rikki, was wird denn das? Rikki, was wird das? Die Aktion hier. Die Aktion hier. Komm mal bitte Jungs. Komm mal bitte Jungs. Achso, ja Johnny, Johnny wird definitiv nicht irgendwas machen. Nein. Wie bitte? Ich will nur Leute hier weg snipen vom Turm aus. Ja, kein Problem. Pass auf, hinter dir einen Ballon. Das zieh. Okay. Wow. Ich mein. Nein. Du hast jemanden, den wir Leute beim Turm extrahlen. Du hast eventuell ein bisschen Fallschaden genommen. Rikki? Weißt du, was mich an deine Augenbraune erinnert? McDonalds? Er war Inno. Er war Inno's Stand. Okay. Oli. Ich hab ihn dann abgeschlossen, Walla, Walla. Oder Tiro ist du Inno's? Tommi! Tommi! Hast du eine Heilung für mich? Wie bist du denn? Warum? Warum? Ich bin ja in der Mitte. Wir sind alle in der Mitte. Mein Augenbraun sieht wie das M von McDonalds. Ah, hier. Hallo. Das M in Melf sieht aus wie das M von McDonalds. Komm mal mit. Ich bin ins geheime Lager von den jungen Knaben gegangen und dann bin ich runtergefallen. Das war ziemlich scheiße. Komm mal mit. Warte mal Rikki, warum bist du so... Du bist so schnell, weil du so klein bist, oder? Ich bin klein? Oh, das sieht so super aus, wenn du rennst. Kenn mal. Oh, der Healing Station. Okay, nein, die ist scheiße. Du kannst auch kein... Mach wieder normal, Rikki. Du kannst ja auch kein Headshot... Oh, das ist sehr gut. Mach wieder normal, Rikki. Jungs, wollt ihr hier auch noch ne Prise reinziehen, oder ist das... Kann ich das alleine verwenden? Ich weiß nicht, was du meinst, aber nimm ruhig. Wo bist du denn? Wollen die wieder mitnehmen? Wo ist die Healing Station? Hier liegt ne Leiche. Beim... Wie hieß der? Banktypen. Ja, beim Bank... Hockey war Trader. Hockey war Trader. Wer hat denn Hockey getötet? Wo liegt der? Er ist seit einer Minute tot. Wo liegt der denn? Hat er sich selbst gesprengt, oder... Wahrscheinlich hat er sich selbst gesprengt, oder... Woran ist er denn gestorben? Oder es ist ne... Es könnte ne Fake-Leiche sein, oder? Oh, 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 oh. Willst du ja ne Fake-Leiche bei Deadwinger nicht sofort identifiziert sein? Nee, und... Er hat... Muss kein Deadwinger sein. Nee, ist kein Deadwinger. Ne Deadwinger-Leiche kann man gar nicht erst angucken. Also eigentlich... Eigentlich haben wir die... Die Fake-Leiche deaktiviert, aber kann sein, dass... Die irgendwie trotzdem noch drin ist. So, weil es ein Standard-TT-T-T-T-T-T-T-T-T. Nee, die ist aber auch direkt identifiziert. Das klingt unüblich, dass sich Hocky einfach selbst sprengt, also... Das Ding ist... Er weiß nicht. Es kann nicht sein, weil das hatte kein Fragezeichen als Avatar. Oh, dann ist ne Fake-Leiche. Okay, dann hat... Kein, 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 kein... Kein, kein... Achso. K. K steht für ein. E steht für ein. Sie steht für ihn. N steht für... Ist in Ordnung. K. Wir haben es verstanden, Riki. Es war so ne Fake-Leiche deaktiviert. Okay, ich hab's verstanden. K steht für kein. E steht für ein. I steht für ein. Gibt's eigentlich Munition auf der Map? Bin ich schon so los? Ja, ich hab auch so oft Munitionsprobleme hier. Ja. Ich... habe eine Vermutung. Oh Gott! Was? Es ist... Morgi. Verzeihung? Weil May hätte mich töten können. Chimtex ist Detective. Und Huli ist zu doof und wahrscheinlich gerade gestorben. Es ist also... Morgi, du kannst sagen, was du willst. Es ist ein Ausschlussverfahren gewesen. Hm. Wo bin ich's denn jetzt? Stell dich einfach. Es ist vorbei, Morgi. Es ist vorbei. Stell du dich doch einfach mal. Okay. Ah! Hilfe! Er ist... Er tötet mich. Ich hab keine Munition mehr. Das kann doch nicht sein. Ich auch nicht. Komm her. Komm her. Blech Eis. Oh, oh. Oh Mann, wann tötest du mich denn? Ich habe die Falsche getötet. Jetzt auf. Jetzt auf. Ich... 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 Ich kaufe Dingens. Was machst du denn? Wo ist denn der? Keine Ahnung. Was? Timo, das war das nice PUV. Ich war am Ende bei dir. Was? Wir... Was ist bei dir passiert? Das werde ich nicht erzählen. Was? Hey, sag mal was passiert ist. Komm nicht online. Doch der Part kommt bei mir online. Schau doch gerne mal rein. Haha. Das Ding ist... Das Ding ist... Nee, komm ich erzähl's. Das ist mega peinlich. Es gibt... Es gibt diesen einen Bereich, da wo dieser Brandefluss steht. Ja. Und da ähm... Was? Da kann man... Bei der Glocke. Dieser Teich. Und da kann man doch so... Ja. Ja, ja. Er checkt das noch. Wer glatt, ne? Ich weiß, wer Brandefluss ist. Ja, dieser Brandefluss ist. Ich weiß, wer Brandefluss ist. Ja, keine Ahnung. Wer Brandefluss ist. Ich auch nicht. Ja. Dieser eine Glatzkopf mit dieser Kurbel da. Scheiß drauf. Der steht da rum. Kurbel? Hat Brand flying heads. Und äh... Dann hab ich mir so einen Teleporter gekauft. So dieses Handy. Und eine Banane. Ich wollte den alten Trick wieder fahren, oder? Ja. Und dann... Dann hab ich die Banane geworfen und die ist dann weggeflogen. Und dann war sie im Wasser. Und ich wollte halt dann reinspringen, damit die Bananen noch funktionieren. Aber im Wasser kannst du den Teleporter nicht einsetzen. Und deswegen wurde ich nicht teleportiert. Und hab mich selber gesprengt. Was wolltest du bringen? Du musst ja gegen die Glocke schlagen, Fuli. Was? Okay. Wolltest du reinspringen? Ja, ich wollte reinspringen ins Wasser. Da, wo die Bananenbombe ist. Ja. Ja, ich wollte reinspringen ins Wasser. Das war ultra peinlich. Ultra peinlich. So peinlich. Der Ball kommt zurück. Ey, wieso bist du nun hinten zu, Johnny? Übrigens, Moggy, deine Chili. Ich hab dich schon so ne Ding gesucht. Deine Mina hat mich erwischt vorhin. Das hab ich gesehen, Fuli. Ich hab ja das gehört. Mach den Scheiß damit. Ich hab ja auf der Web gesehen, wie die eine Mine verschwunden ist. Ich dachte, ja, sehr schön. Wollen wir beide T-Fiber-Inu sein? Lass uns beide T-Fiber-Inu sein. Ja, okay, warte. Okay. Ich find nur Garfield. Ne, der T-Fiber-Inu ist ganz oben. Nee, der T-Fiber-Inu ist ganz oben. Nee, Johnny will sich zu Garfield machen. Johnny, wir verwandeln uns nicht. Johnny, wir verwandeln uns nicht. Ja, ich mein, er hat nen Hund erschossen. Keine Hunde. Das ist ziemlich okay. Mann, Ricky war innocent. Was soll das denn? Ich bin auch innocent. Lass mich bloß in Ruhe, Fuli. Johnny, du verwandelst dich jetzt zurück. Hallo, du hast mich letzte Runde schon umgewandelt, als ich innocent war. Hör jetzt auf. Ja, verwandel dich jetzt auf. Hör auf, mir hinterher zu rennen. Warum hast du denn so ne Angst vor mir? Wieso krieg ich mich denn verwandeln, wenn ich nicht renne? Hä? Johnny, wir gehen doch nur Gassi mit dir. Ja, Johnny. 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 Wenn der Detektiv da ist, ist das okay. Ja, Johnny. Schau mal den anderen Schieber Inovina. Ich hab Hörgy getötet. Ich bin wieder normal. Ich bin wieder bei der Alte. Ich hab nichts gemacht. Ich fand der aber ekelhafte. Was soll das denn? Soll ich dich erschießen oder was? Alter, du bist eh nur auf, Drogen auszusprechen. Ey, du bist... Drogen? Drogen. Hör auf, Drogen auszusprechen. Was war das? Das war das krass. Das war wahrscheinlich Ricky. Oh, der ist Hirntod. Oh. Dann hol ich Ricky wieder. Nein, Ricky war ein Vollidiot. Ja, aber sonst ist keiner andere tot, oder? Ich, äh... Stimmt. Warum nicht der Beine? Ja, gute Frage, ne? Okay, nice. Ich seh dich da rum, Timo. Hockey? Hast du mir leid? Ricky, wir verzeihen dir. Oh shit! Timo, der hat mich geschossen auf dem Glockenturm. Du darfst mich weiterleben. Da war ne Chili, ich hab die getötet. Können wir den Gassi hoch so lange? Da ist noch einer geschmissen worden. Mann, das... Oh, da muss ich mich noch... 50. Das war Moggy. Ah, jetzt geh weg. Geh weg, Moggy. Pass auf. Das ist der schlechte. Das ist nicht der... Ne, richtig. Ich mach mehr Angst, wenn ich aussehe wie Hockey. Oh, danke Chef. Das ist der schlechte. Das tut die Schnauze. Kein Problem, Mann. Okay, stimmt. Texas ist wahrscheinlich wieder... Okay, es tut mir so leid, was ich gemacht hab. Oh, der lebt Timo überhaupt noch? Wieso siehst du nichts wie Fully, Moggy? Tue ich nicht. Nein, ich hab nichts mehr zum Nachladen. Ich auch nicht. Gib mir doch ne neue Waffe. Ist Moggy Traitor? Warte mal, Johnny. Nein, nein, nein. Ich hab so Angst. Ricky, hilf mir doch. Hast du wieder einen Traum? Moggy ist, glaub ich, Traitor. Ganz gut, ja. Oh, ich hab roten. Warte, ich bin... Oh fuck, fuck, warte, Moment. Warte, warum hast du meinen Skin? Warte, ich hab keine Position. Was ist Ricky denn, Digga? Ricky, ey. Ricky, ich hab keine Position mehr. Ey, wer schießt nach mich? Keine Ahnung. Ach du. Oh mein Gott, ey. Timo, hab ich dich erwischt? Wie hast du das gesehen, als ob du da nach oben schaust. Ich dachte, du bist Bulli. Ich habe doch gesehen, wie du die letzten Runden die ganze Zeit oben warst. Ich kenne deinen Sport. Das ist mein Plan, das war aufgegangen. Morgi killt zu jedem. Alle Hoffnung liegt auf Ricky. Er kommt so da reingelaufen mit einem blinkenden Rundschuh. Ich dachte, was macht der da eigentlich? Vor allem, ich habe Ricky noch um Hilfe gefragt. Der ignoriert alles. Er rennt mit einem Blick. Alle hoffen Rundfrik und er so Kennt ihr diese eine Szene aus Wo Ted versucht, mit Barney über Telepathie zu kommunizieren? Ja, das kenne ich. Ja, Ted knows, wie wäre denn es sonst? Oh nein. Übrigens clevere Taktik. Ich versuche Hockey. Ich wollte das Meisterjoke sehen. Hast du den hier hochzuschießen? Ja. Okay, das ist der echt. Ich kann aber, wenn du willst. Morgi ist mit der Brille wieder auf. Jetzt ist Hockey. Du hast du über die Hand an den Kopf genommen. Ja, ich will, dass die Leute keine Angst haben. Anni, weil du den Chat gemacht hast, oder? Nee, ich bin wieder normal. Ich will das schon. Du bist doch nicht normal. Nee, ich mach mich wieder normal. Und ich ist das Tag Team. Okay. Wir sind die Underfatter. Also was soll ich machen, Morgi? Ich kann mich da nicht hochschießen. So, wer ist gerade nicht bei uns? Was ist mit Morgi los? Es fehlen noch ein paar. Wo bist du da? Ist Morgi ein Unbekannter, oder was ist das? Ah, da bist du. Trieb du ein Maeve. Nein, nein, hat man geredet. Wir sind ein Wrestling-Tek-Team. Ja, vielleicht ist Morgi ein Unbekannter. Ich glaube, Morgi hat ein Disconnect. Oder? Wait. Morgi ist gerade gestorben. Na, okay. Scheiße. Ich dachte, der wäre Unbekannter. Sorry. Er hat mir gesagt, Yo, schieß mir hoch. Hast du einen getötet für euch? Weg von der Reche, sagte Detective. Oder er mal Unbekannter. Ich habe ihn getötet, wer mich umbringen würde. Oh, ich werde angeschossen, ich werde angeschossen. Ich glaube, Stimtex war da mal schlitten. Maeve sind es wirklich. Ich glaube, Stimtex ist es. Ich bin es nicht. Ja, 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 ja. Okay, dann hören wir auf. Okay, Riki. Ja, okay. Warum hast du Maeve getötet, Stimtex? Das war viel zu trigger-heavy. Maeve war es wirklich? Nein, als ob es Fully ist. Ja, doch. Stark Fully. Ich habe mein Skill gewerkt, um was Lustiges zu machen. Aber es hat echt gut funktioniert, dass dein Watch für mich umbringt. Ja, es hat geklappt. Ey, und Alter, du wurdest da von Maeve getötet und ich habe den einfach mit einer Winchester. Ich habe ihn erschossen und ich habe es euch dreimal gesagt. Ja, er hat es einmal gesagt, aber er hat es einmal gesagt. Nein, ich habe es ein paar Mal gesagt. Ich habe mehrfach gesagt, ich habe gesagt, er ist so ein Bekanntwerfer. Nein, du hast angedeutet. Nein, ich, also, ich, also, ich, also, na, ich bin immer nur innocent. Das ist so nervig, ne? Wo ist eigentlich Höcki? Hallo, lass euch doch gehen. Höcki! Ich wünschte, ich wäre gern Traitor. Ich bin immer innocent. Also, Rikki ist Traitor schon mal, okay? Ich bin kein Traitor, ich bin innocent. Oh, Mann. Ja, aber das kann so, nur mein Feld. Mann, da die ganze Zeit, die Geräusche. Das kann schon ein bisschen dumm, aber, sorry. Moggi? Ja. Wir nehmen schon ein bisschen länger aus. Ja, ich merke das schon, ne? Was hast du da gesehen? Ähm, der Detective, der Detective ist hier am Klapp, der war tot. Achso, das ist schon. Oh, Hockey ist tot? Ja, Hockey ist tot. Tja, dann würde ich sagen, es gibt nur einen, der diese Rolle übernehmen kann. Ich bin gar nicht Traitor. Nein, Quatsch. Quatsch mit dem Sohn. Ja, Quatsch würde er wirklich sagen, das sehe ich voll. Aber warte mal, du bist der Fake-Hockey. Nein, ich bin der echte Hockey jetzt. Jetzt ist der echte Hockey. Oh, shit! Wer war's? Wer lebt noch? Jungs? Ähm, der Schaum ist tot. Äh, das ist Johnny. Hä? Okay. May war Traitor. Könnt ihr bitte unsere alten Dinger wieder nehmen? Ja, könnt ihr bitte... Ich bin so verwirrt. Warte mal, dann ist ein... Warte, warte mal, Moggi? Nee. Der echte Schimpf-Text lebt noch. Ja. Ah, nein! Nein! Ja, okay. Du hast wirklich aufgeregt. Das war so peinlich. Ich weiß, ich nutze in dieser Schlacht, in dieser Schlacht das Feinde gegenüber, aber hier, nimm doch noch ein bisschen was. Johnny, übrigens, Pip, für ein komisches Schritt mit diesem Laden da. Er hockt ja mal in diesem komischen Laden. Das ist jemand, Timo. Das ist nur Timo, ja. Ich mag den voll, der ist cool. Du bist kein Laden, das ist der Bank. Bist du dumm? Ja, bist du Thomas Jemann. Bist du da einfach ein paar Rubine hinterlegen? Hast du überhaupt Zelda gespielt? Ja. Das Zelda habe ich nur bei Moggi zugekriegt. An diese Rubine kriegt man ein Herzteil? An diese Rubine kriegt man ein Model wieder zurück. Also das ist toll, scheiße, dich zu erkennen. Nein, das ist das Falsche! Tausend braucht man da, glaube ich. Das ist richtig. Tausend! Na, ich schlag dich gleich. Ich muss den mega reinputtern. Na gut, als wäre bei Mutter. Aber hier in der Stadt kriegt man immer 150 oder so, wenn man tagsvorgang sitzt, ne? Ich hab's ja viel zu spät. Ich dachte, ich spreche mit Marjors-Mars-Mars-Profis. Mich nachzumachen, weil die Praxis nur 186, 189, aber sogar eine Schottgang. Oh nein. Wer war's denn? Genau, und heute habe ich den gefunden. Ich bin so viele wiederbeleben. Ich bin so viele wiederbeleben. Ja. Wo sind wir? Muss ich wieder aufziehen? Peter, mach! Okay, ja. Ich hab' ich Fahrmacht. Ich hab' eine Fahrmacht. Hier, 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 hier. Boat, wo ist hier? Ah, okay, danke für die Hintern. Ihr seid ja vorne beim Ding, da, weißt du, wo der Ballon ist? ihr sagt doch ja da oder so kann ja okay wirkt ein bisschen suspecto ja ich habe ja hallo ich hab ich das zu essen und johnny war ein gott in diesem ding Ich bin wiederbelebt worden vom Detektiv. Ich bin in die Haifalle gelaufen, weil er hat gesagt, das ist eine Haifalle und ich dachte, die wäre schon aktiviert worden. Timo, ist es nur noch Rikki übrig? Ne. Also ich bin auf jeden Fall am Proven Industry. Stimmt das, Timo? Ne. Was? Was stimmt? Die komische Wiederbelebungsgeschichte. Ja, ja. Ich habe Hockey wiederbelebt. Ey, mach mal den Ballon da weg. Ja, dann ist es Rikki, der unten festhängt. Aber Rikki, wo hängst du fest? Ach, er ist da unten, wo das versteckte Kids ist. Ja, genau. Bei Brandon Floss? Aber wie kommt man da hin? Folge mir Maeve. Ey, da hinten Maeve links von dir, links von dir hat gerade jemand geschossen. Nein, von links. Da drüben. Ne, egal. Das ist der Detektor. Was? Hier ist Timo. Ja. Ja. Wo hast du denn hingeschossen? Ich habe gar nicht geschossen. Nein, ich meinte Timo, hast du geschossen? Nein, ich habe nicht geschossen. Dann ist hier jemand, der geschossen hat. Vielleicht du? Ich sehe da jemanden. Der Rikki, sobald wir Rikki sind. Also Rikki ist vogelfrei auf jeden Fall. Ja. Deine Mutter ist vogelfrei. Rikki ist im Grunde. Wir haben ihn. Gute Runde. Ich habe mich eigentlich gefreut, wiederbelebt zu werden. Timo, womit hast du mich umgebracht? Ja, aber Hoki, Hoki hat mir zu leid getan für diesen... Das ist okay, das ist okay. Womit hast du mich umgebracht, Timo? Ich habe eine Snipe in der Hand gehabt, habe panisch umhergewackelt, die linke Maustaste gedrückt und die war genau in dem Moment auf dein Zoom. Was? Verständliche Munition, Rikki. Hier ist nur eine Winchester. Alles gut. Und eine Headshot gemacht. Du hast fucking Aim-Bot einfach an. Irgendwie sterbt deswegen. Ja, das war krass. Das ist einfach nur Winchester. Jesus, what the fuck. Weil ich hätte dich ja gehabt im nächsten Moment, oder? Ja, ja. Hast du einen Baseball-Bad? Ja. Das war nicht ein guter Platte, aber der nächste, der mich hätte holen, Aber mich schießt auch, der wäre wirklich einfach in vieler. Ja, bei uns auch. Rikki schießt auch nicht. Rikki schießt auch nicht. Rikki ist so scheiße als Trader. Ich bin nicht für mich. Aber warum hast du Morgk nicht identifiziert, Johnny? Wieso, Morgk? Wo denn? Er lag in der Ecke bei hinten. Oh, hinter mir! Ich bin hier gekommen mit dem Hockey. Ich war überhaupt nicht. Ah fuck. ich habe aufgegeben in der runde ich wusste doch ich wusste dass leute umgebracht aber ich wusste nicht dass du da liegst um sich zu identifizieren ich habe das dach nicht um identifiziert aber auch beim dach hätte ich doch genug zeit gehabt um dich zu verpetzen ich bin schon wieder unschuldig da kann ich nicht hoch springen das ist nicht gut ich wollte mir vorstellen zwei schwerte dabei der war mal ziemlich hoch ist es ist katana aus grün ist hier geworden ist der blad river sein ja und auch die norma aktiviert hat das schlimm ist oder was jetzt können trader nein ich mache das immer wenn ich da vorbeiläuft den jahr aktiviert gerade ja ja das können alle das cookie an ich versuche gerade zu aktivieren es geht nicht er ist doch schon aktiviert ja ich bin aber ganz kurz ja ich bin aber gerade im flow john ist john ist john ist john ich bin du musst warten bis die flüge wieder runter gehen dann kannst du auf bitte bringe mich nicht um ich bin nicht da aber ich sag dass man ich werde nur die beschreibung irgendwann bin ich wieder da tatsächlich war es dann warum hast du nicht untersucht mir ja weil er allerdings ist später ist und ich dachte du bist der andere ich bin okay aber ich bin aber ich bin nicht traiter du bist du jetzt überleben an hier sind alle identifizieren hier auf die schaffe ich dachte ein bisschen rp ein bisschen roleplay mit dem baby aber ich habe es gesagt ich wusste es auch ja was geht denn gerade so bad bei dir das war gegessen so gar nichts das ist das problem ich habe kurz vor 8 abgebrochen keine ahnung weiß nicht und mein satz zu beenden vorhin ich wurde dann dafür gekippt ich habe ich habe gedacht dass hockey der andere trader ist aber er war ein bisschen lost an der stelle er hat mich direkt abschließen müssen ja ich dachte auch du bist hinter mir übrigens mit oben ich bin blau ich bin blau ja komm doch her du bist immer blau doch das geht natürlich kommen doch her zu mir ich bin blau komm das ist wirklich ich habe ein scharf ich habe ein scharf gehört das ist total 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 oh da ist der moggi ich bin blau komm rüber oh hi ich konnte da nicht rüber ich habe Angst doch komm Aua es muss laufen und im letzten Moment hast du mir Schaden gemacht ne das schaf ist eigentlich hingefrugen denke ich mal ja weiter geht's komm wow oder die Glocke macht Querschläger aber ich glaube das ist nicht da brauchen wir gar nicht devrun mehr spielen ich hab 10 genommen sorry pass auf devrun reiki moggi ey ich hab nur was nachge- guck ja im Traitershop moggi spring mal auf mich hoch oh Riki ist hoch oh Riki ey oh oh my god es geht er konnte ihn da oben grad die waren schon wieder ey mach doch einen Fass team mach doch einen Fass oh ja wir haben Fass warum bleibst du so bei Maeve wir müssen den verstanden hier das war grad voll weird hahaha ok dann hast du mir immer Schaden oh danke Chef wie oft haben wir eigentlich den Scheißchef haha was geht jetzt mal hier mit dem Schaf warum ist das so schnell mal wieder weg also das warst du dich fixieren owa ich bin's festge- oh jetzt hab ich mich ich will auch hoch oh mann ich- oh mann das ist zu knapp wo ist der Rest der Truppe was macht ihr gerade ja nochmal den Weg von da hinten aus was machst du da Morgi wo bist du gerade nein ich geh mit dem Fest an hier hoch Morgi ich bin der Detektiv sagt wo du bist ich bin hier oben bei ich bin hinter dem Ding im Shop wir drei sind Indoman oh das ist Rikis aber ist leer ja aber wie wir es sagen kommt der Trailer kommt doch zu uns rüber gesponnen ich hab halt kaum ähm serviert nur einen Schuss den brauchst du nicht nehmen was machst du ja ich will hier hoch warum springst warum nimmt er nicht den richtigen Weg ich wünschte ich würde ihm mehr Munition finden wir sind's beide hier oben wir haben so viel Spaß hier oben haben wir Spaß wir haben Spaß oder ich versuch doch ich versuch doch ich versuch doch machen wir ein bisschen Podcast über die NX2 ist das Rikki NX2 Alter wie kann man so sein Detektivsal aber wie ein Traitor reden ok das ist kein Spaß ey wieso das ist doch egal oh das ist ein fieses Schaden nein geh weg geh weg das macht schaden das zwiebelt das zwiebelt das zwiebelt oh hier ist Timo wusstet ihr das ey 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 lass mich mal in Ruhe hier ist ne geheime Traitor von euch das ist der Wahnsinn nein ich bin kein Traitor ich hab Rikki getötet der war Traitor ja Fuli und euch haben zusammen Rikki getötet Jungs ich bin euch was bringt mir das jetzt da ist der Schatz drüber wo ist das Werkzeug drin geil hellol ja ja meinst du eine Mission suchen lohnt sich Fuli ich hab keine Ahnung ey dankeschön wer denn Moggy so ne Müllwaffe wollt ihr mich verarschen ok ist Moggy äh ich bin schon wieder aus dem Server auf so eine Müllwaffe Hattest du mich gehört Moggy hä warum werd ich die ganze Zeit vom Server ich verstehe ach so ihr wolltet hier mit Fässern rauf warte mal Moggy hattest du mich gehört nein deswegen hab ich auch gesagt es ist so leise man versteht nichts es ist so leise dieser Voice Chat ich mach mich mal lauter an aber den muss man für sich selber lauter stellen glaub ich wieso ist Fuli tot ne normalen Line oh warte ich bin aus dem Server rausgekommen Audio Musik ne ne ich sehe keine äh bei Sprache du machst Option und dann Sprache Sprache alles klar Option und dann Sprache Ricky mach dich bitte wieder leiser voll beides ich will das nicht weiter extrem und nice du hast denn Ricky getötet Ricky hör auf zu übersteuern das ist doch hör auf besser ja oh mein Gott diese fucking P99er was das war oh mein Gott das hat einfach keinen Schauen man hat die Scheiße gesehen Ricky letzte Runde ach so ich dachte das zählt nicht mehr die Runde was ich dachte das war keine normale Runde das war keine normale Runde ach so sorry weil ihr da irgendwelche Sachen eingestellt habt und wer hat Ricky getötet ich hätte auch Moggy umbringen können der stand da so rum ich dachte ich lass es einfach Killed Roger Ricky ich hab gesehen dass Ricky nahe ist und hab ihn umgebracht ja weird aber ist okay Johnny ja um die Runde zu werden ok ey ey es läuft grad super als wären wir gerade so am Ende des Partes ist schon so vorbei ey 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 könnt ihr mir mal bitte helfen ich hab ein Problem also ich bin noch nicht so weit ich würd gern wissen wer Mr. Burns getötet hat ach komm schon nein ehrlich lass uns die Serium auf den Grund geben kannst du vielleicht machst du vielleicht ein Spray dafür an die Wand machen ein Loth-Meme nein kein Bock alter kein Bock alter ja los wie der Scheiß hä warum mich alleine in dem K ok was soll das ich wollte dich gerade mit meiner One-Shot-Ding ins Eck hin und bist du einfach stehen geblieben was soll das welchen Punkt habe ich ihn wiederbeleben ja dann ich bleib hier oder was ja was hast du überhaupt damit zu tun und ich bleib hier einfach zurück oder was ich hab das gesehen ich bin jetzt Teil dieser Geschichte oh ich hab ein Bomb gehört glaub ich war das M.O.F.O.F.O.F.O.F.O.F.O.F.O.F.O.F.O.F.? oh ja wenn ich einen Punkt hab ja hallo ich sag's ja nur ne ja ich kann nicht ich hab ich warum denn ja weil ich's nicht kaufen ach warte mein Slot ist voll wahrscheinlich Riki ich hab jetzt nur sieben Schuss mit der Diegel hör doch auf Riki hör ich schieß doch weiter daneben bitte Klingt was ach nein oh shit Was bist du fast? als ob du das gewonnen hast Alter ich möchte auf der Map das Solutions gehen Und ich verfehl schon immer du musst dich mal runter regeln Olympics rechts links letzte Runde bevor ich wieder raus fliege ja nein 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 ich bin wieder rausgeflogen was ich weiß es nicht nein ich habe gar nicht oder tausend kamen hast ja ja ich habe keine ahnung das ist ja aufregend das was ja das ist so verwirrend das ist eine mitte möchte gern aufnahmestimmen zeige wie er ist hat er sich sicherlich irgendwo verborgen die schlauze nichts was du mit der science abp ich habe ich kann nicht so schön wir gehen einfach wieder getrennen weg okay machen wir auf einmal von der seite angeschlossen wurde das kann doch nicht sein ja dann ist ja johnny vertraut aber warum haben wir kein dem mein gott oh mein gott ich habe mich hat noch ein bisschen was für mich was munition kann jemand mit mir vielleicht ein kurs austauschen gerne 2 ich will wirklich nicht will ich umbringen soll hat mir nicht meine frau weg johnny wer ist es denn jetzt von uns timo bist du hast also stimmt natürlich bist du hast also den politischen tötet johnny es ist das ist das team mogi für dich das kannst du mir sagen oder team ach du hast du er hat recht das geht hier wirklich nicht alles gut ich habe noch nie das ding ist zurück jetzt kommen wir zurück ich habe ihn gesehen ich bin nicht traiter bist du nicht es ist hundertprozentig er hat 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 er identifiziert okay pass auf okay pass auf pass auf okay komm runter ich habe kurz ich habe drei küsse ich habe drei küsse wir können uns aufheilen okay ich höre ein scharf aber ist geil wir sind jetzt sicher in der tür einfach nicht rausgehen da kann ich wo wir sind ja sondern kurz für mich dass ich dich auch ein kann die nieder erhalte mich auch als gut wirklich ja hat die katze noch ein bisschen glaube ich nee war natürlich was erschossen erkrankt hatte richtig angst um mein leben ich habe das so ein scharf explodiert man ist das immer schon mit so einem ramm bock man ist den treten gegenüber ein bisschen ausliefern war nicht nur das john hat Ja, das stimmt. Wir konnten uns ja nicht verteidigen. Meine Lieben, holle Sonne! Will noch jemand zustimmen? Tschüss! Tschüss! Ciao!